noch massagen werden, guckt euch die Doku an auf dem Bayern-Kanal, denen wird alles zurechtgelegt, die müssen sich um nichts kümmern, um nichts, dass nicht einer mit denen auf Toilette geht und denen den Hintern abwicht, das ist noch ein Wunder, das hätte ich nämlich fast auch erwartet, dass da irgendwer steht in der Toilette und sagt, ach guten Tag Herr Kimmich, guten Tag Herr Goretzka, müssen Sie groß? Ja, ich muss groß. Ja, warten Sie, ich halte das Drohpapier schon bereit. Brauchen Sie Feuchtpapier oder normales Toilettenpapier? Bitte Feuchtpapier, aber nicht so doll abputzen.